Nummer 5 Die Trotec Autoklavenpumpe kann bis zu 3300 Liter pro Stunde pumpen und hat eine maximale Leistung von 1000 Watt. Der Motor erfordert keine ständige Wartung, da ein thermisch-magnetischer Schalter gegen Überhitzung integriert ist. Das Pumpengehäuse ist sehr robust und langlebig, es hält auch Wasserstand und rostet nicht. Sie hat einen durchschnittlichen Preis und ist ideal für Menschen mit einem kleinen Budget. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 4 Diese Autoklavenpumpe ist für den Hausgebrauch und für nicht besonders große Tanks geeignet, und es wird empfohlen, sie an einem geschlossenen, wetterfesten Ort zu installieren. Die Leistung dieser kleinen Pumpe beträgt etwa 220 Watt, was für einen einzelnen Haushalt ausreicht. Es handelt sich um ein sehr sicheres, kompaktes und weibrischensfreies Produkt, das extrem leise ist. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3 Diese Autoklavenpumpe von Einhell hat eine maximale Leistung von 4600 Litern pro Stunde und ist somit auch für größere Haushalte geeignet, die eine größere Wasserversorgung benötigen. Dies ist eine ausgezeichnete Pumpe für diejenigen, die ein Gerät suchen, das einfach zu installieren ist, leise ist und keine Vibrationen erzeugt. Der integrierte Filter ist ebenfalls von hervorragender Qualität und filtert das Wasser sehr effizient von Verunreinigungen. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 2 Diese Einhell Autoklavenpumpe ist eine der meistverkauften Pumpen. Er verfügt über einen Tragegriff, einen Ein- und Ausschalter und auf der technischen Seite über eine Leistung von 650 Watt und eine maximale Kapazität von 3800 Litern pro Stunde. Dieses Produkt bietet nicht nur ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern ist auch sehr robust und langlebig. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 1 Deutsche Ingenieurskunst in Kombination mit hochwertigen Komponenten verspricht bei diesem Produkt eine hohe Lebensdauer und einen sicheren Betrieb. Der Betrieb dieser Autoklavenpumpe ist extrem leise. Gummifüße sorgen für eine hohe Pumpenstabilität und einen vibrationsfreien Betrieb. Darüber hinaus gibt es auch LED-Anzeigefrequenzen zur Überwachung und Fehleranzeige. Auch ein hervorragendes Produkt für die automatische Regenwassernutzung. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.